Hey Leute, heute möchte ich über ganz was Besonderes reden, wie wir es am Samstag schon angekündigt haben, das Ash Special, also Tanz der Teufel oder wie es Original heißt Evil Dead und ich möchte diesmal über das ganze Franchise reden, aufgrund der neuen Amazon Serie. Ich bin generell ein riesen Fan davon, ich hätte das Video eigentlich schon mal aufgenommen, wie die Serie damals rauskam, Domi meinte dann, hey ich habe auch die Filme gesehen und die Serie auch schon und ich möchte eigentlich auch darüber reden. Wir sind aber leider aus zeitlichen Gründen jetzt gezwungen, dass ich das ganze jetzt alleine mache. Finde ich leider ein bisschen schade, aber ist okay, ich kann auch alleine genug darüber reden. Das Franchise selbst beinhaltet zuerst die drei Filme, Evil Dead, Evil Dead 2, Army of Darkness, dann kamen raus drei Spiele, das war zuerst für die PS1, Evil Dead, Hail to the King, für die PS2, Evil Dead, A Fistful of Boomstick und nochmal für die PS2, Evil Dead Regeneration. Dann kam 2013 glaube ich, kam dann das Remake raus und also das Remake vom ersten Teil und jetzt eben gibt es seit Anfang September. Zumindest bei uns gibt es jetzt die erste Staffel von Ash vs. Evil Dead. Noch mal vorweg, bevor ich jetzt weitermache, das ganze wird jetzt spoilerfrei passieren, ich werde über alles reden, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Einfach aus dem Grund, da es einige Leute gibt, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, denen würde ich wärmstens empfehlen, das ganze anzusehen und vielleicht hilft dieses Video dabei, euch zu überwinden, mal einen Blick reinzuwerfen. Und für die, die es schon kennen, man kann sich doch nochmal anziehen. Also, zuerst fangen wir mal an mit Evil Dead 1. Hauptdarsteller ist Bruce Campbell. Wer das Duo quasi kennt, also Bruce Campbell und Regisseur Sam Raimi, wird vielleicht festgestellt haben, dass in allen Sam Raimi Filmen und Serien immer Bruce Campbell einen Gastauftritt hat. Egal wo man hinsieht, er ist immer irgendwo ersichtlich, wie zum Beispiel in Spider-Man oder wo, oder was weiß ich noch. Was ich recht cool finde, da die beiden einfach dicke Freunde sind. Und Bruce Campbell ist einfach ein toller Schauspieler, man kann das nicht anders sagen. Okay, Evil Dead 1, damals noch frisch, heute nicht mehr, fünf Jugendliche mieten eine Hütte im Wald und entdecken dort im Keller das Necronomicon Ex Mortis. Und das ist das Buch der Toten. Das heißt, das Buch ist in Menschenhaut gebunden und in Blut geschrieben. Und einer dieser Jugendlichen lest quasi aus dem Buch heraus und erweckt somit die Toten. Die natürlich gleich von einem Besitzer greifen und sich dann natürlich die anderen holen wollen. Wirklich toller Film, ist schon sehr, sehr alt. Das heißt, die Effekte sind auch dementsprechend alt. Sie sind auch leicht, ein bisschen trashig. Es gab damals am Set einige Probleme. Sachen sind verschwunden. Also man sieht sogar teilweise am Schluss, ohne zu spoilern, sieht man gewisse Szenen, wo sogar Sam Raimi selbst Hand anlegen musste, da das Geld fehlte, da alles fehlte. Aber es ist trotzdem ein hammergeiler Film rausgekommen. Und dieser Film hat seinen hohen Bekanntheitsstatus dadurch erreicht, dass er in relativ vielen Ländern verboten wurde, weil er so extreme Gewalt gezeigt hat. Ich meine, Gewalt war damals nicht so das Thema, aber er hat die Gewalt explizit gezeigt. Also wirklich detaillierte Szenen, auch wenn sie damals vielleicht ein bisschen billig ausgesehen haben mit Gummipuppen. Sie war da und das hat den Film eben in einigen Ländern gesperrt. Ja, das Ganze ist ein klassischer Horrorfilm und hatte glaube ich das Budget von 300.000 Dollar irgendwie so in die Richtung. Und dann kam Evil Dead 2 und der warf das komplette Konzept um. Die erste Hälfte des Films ist eigentlich nochmal eine Wiederholung des ersten Teils. Ein bisschen anders aber. Also wer es noch nicht kennt, man sollte sich trotzdem beide Fassungen ansehen, dass sich doch einiges ändert. Und ab dann wird der Film witzig. Also es wird ein richtiger Slapstick, Horrorkomödie, also wirklicher Spaßfilm, Gaudi-Film und nimmt sich selbst nicht mehr ernst. Und da muss ich jetzt leider einen kleinen Spoiler vorwegnehmen, da das eigentlich essentiell für die Folgeteile ist. Und zwar, es gibt in dem Film gibt es immer ein Monster, das man quasi nie direkt sieht. Also das ist bis zum Schluss immer gleich geblieben. Man sieht quasi immer die Perspektive aus den Augen des Monsters, wie es quasi nach vorne fliegt. Also immer nur Blick aus der Kamera und es zischt nach vorne. Und dieses Monster dringt quasi in Ash, den Hauptcharakter, ein. Und wie auch immer, er schafft es, dass das Biest in seiner Hand drinnen ist. Und er kniet sich dann auf seine Hand rauf, nimmt eine Kettensäge und schneidet sich seine eigene Hand ab. Diese Szene ist wirklich essentiell, darum muss ich dies jetzt erzählen. Und wie gesagt, es wird ein richtiger, witziger Film. Und tja, wie es so sein muss für Army of Darkness, muss ich auch ein bisschen was vorwegnehmen. Ash landet in der Vergangenheit, weil er einen Mist gebaut hat. Und dort in der Vergangenheit wird er natürlich nicht gleich akzeptiert. Er hat aber quasi eine neue Waffe. Und zwar er kann sich an seinen Armstumpf eine Kettensäge drauf tun. Also die ist dann wirklich so draufgeschnallt, wird dann festgemacht und hat dann wirklich eine Waffe, also eine Kettensäge, mit der er herumschießen kann, herumschneiden kann. Und natürlich seine zweite Signature-Waffe ist eine Boomstick, also eine doppelläufige Schrumpflinte. Und mit dieser geht er dann quasi auf die Jagd. Die kommen nämlich mit zurück in die Zeit. Er, also er, seine Waffen und die Autos. Äh, sein Auto. Und dort gibt es quasi schon die Deadites, also so werden die Dämonen genannt. Und einer davon wurde von den Rittern eingesperrt. Und eben als Todesstrafe werden die Leute darunter geworfen. Und Ash wird unter anderem auch darunter geworfen. Aber ein Typ dürfte ein bisschen Vertrauen in ihm haben und wirft ihm dann die Kettensäge runter, wodurch er das Biest dann fertig macht. Und sie vertrauen ihm dann ein bisschen. Und Ash möchte aber eigentlich wieder zurück in seine Zeit, weswegen er dem Magier bittet, ihm dabei zu helfen. Und in dieser Zeit wurde das Necronomicon noch nicht wirklich gefunden. Und der Magier sagt dann zu ihm, er muss das Necronomicon finden. Und es gibt drei Wörter, die er wiederholen muss. Das ist der Zauberspruch dafür, dass er wieder in die Zukunft kommt. Und wenn er das gemacht hat, ist er wieder in seiner Zeit. Die Sache ist halt die, bis dahin passieren einige sehr, sehr witzige Szenen, die ich nicht vorwegnehmen möchte. Es ist einfach wirklich toller Slapstick-Humor. Am Buch selbst vergisst er dann leider die Wörter oder zumindest das letzte Wort vergisst er, dass er dann versucht, eher trickreich nochmals zu sagen, ohne es wirklich zu wissen. Weswegen er, naja, die Dämonen wieder beschwört. Und die dann das ganze Land angreifen. Und Ash beschließt sich halt dann eben, diesen zu helfen und eben die Dämonen einfach alle mal fertig zu machen. Ja, das war mal die Story für die ersten drei Filme. Wie gesagt, ich kann sie wirklich empfehlen. Der erste Horrorfilm ist wirklich gut als Horrorfilm. Und die letzten beiden Teile sind als Slapstick-Humor, sie sind wirklich wahnsinnig witzig. Wie gesagt, Army of Darkness wurde 1991 gemacht. Das heißt, der Film ist genauso alt wie ich. Also man muss die technischen Finessen ein bisschen verzeihen für die damalige Zeit. Also es sieht jetzt nicht super toll aus, aber es war ja noch vor CGI und für das ist es wirklich toll gemacht. Ja, dann kommen wir zu PlayStation 1, Evil Dead, Hail to the King. Und ja, die Story davon ist eigentlich das, das passiert ein paar Jahre nach dem dritten Film Army of Darkness. Ash arbeitet wieder in seinem Supermarkt und lernt dort eine neue Frau kennen. Und er hat aber selbst eher psychische Probleme oder mit sich selbst Probleme, dass er eben das schon dreimal durchmachen musste. Und seine neue Freundin beschließt dann, ihm zu helfen, also sich selbst zu helfen, indem sie quasi wieder zurückgehen in die Hütte, wo das Necronomicon war und versucht so ihm seine eigene Angst wieder zu berauben. Ja, im ersten Teil wurde das Ganze, das habe ich ein bisschen komisch erzählen, ich will nicht so viel wegnehmen. Es passiert auf jeden Fall wieder, dass aus dem Buch gelesen wird und somit werden die Dämonen nochmals erweckt und seine Freundin wird entführt und Ash, seine Kettensäge und seine Boomstick versuchen natürlich den Tag zu retten. Die Spiele selbst sind ein Hack'n'Slay, würde ich mal sagen, also wirklich einfach mit der Kettensäge durchhacken, mit der Boomstick ein bisschen draufknallen. Und das ganze Spiel selbst wurde natürlich von Bruce Campbell vertont, also das passiert in allen drei Teilen, die Vertonung von ihm, sind auch wieder sehr, sehr witzig, was ich auch wirklich, wirklich toll finde. Und ja, dann kommen wir eh schon zum zweiten Spiel, das war dann Evil Dead Fistful of Boomstick, das kann ich mich sogar noch erinnern, wie ich das gespielt habe, weil Hell to the King habe ich etwas später nachgeholt. Ich war viel zu jung, ich hätte das Spiel absolut nicht spielen dürfen, habe es natürlich gespielt, konnte es aber nicht durchspielen, da in den jungen Jahren meine Englischkenntnisse nicht gut genug waren, um nur annähernd zu verstehen, was ich eigentlich tun muss. Und ich weiß anhand von Internetrecherchen, dass ich es damals bis zur letzten Mission geschafft habe und leider diese nie beendet habe. Und ja, im Spiel selbst geht es darum, Ash sitzt mit einem Asiaten beim Tisch und erzählt eigentlich, was er gemacht hat. Eben den ersten Teil erzählt er nochmal und wie er dann quasi bis zu ihm kommt. Und das Ganze sind dann quasi die Rückblenden, die man da sieht, sind diese, die man dann eigentlich spielt. Und ja, eigentlich wieder genau das gleiche Prinzip, viel bessere Grafik, für PS2, von PS1 auf 2 natürlich war die Grafik besser. Wieder so eine Kettensäge, wieder so eine Boomstick, nur diesmal gibt es um einiges mehr Upgrades, andere Stile von den Kettensägen, andere Waffen gibt es noch dazu, neue Gegner und viel mehr Slapstick Humor. Und kann ich auch noch wärmstens empfehlen, ein wirklich, wirklich tolles Spiel. Meiner Meinung nach, das beste der drei Spieler ist Evil Dead Regeneration. Das ist wirklich ein hammergeiles Spiel mit super, super, super tollen Ideen. Und zwar, soweit ich mich noch erinnern kann, ging es darum, dass Army of Darkness nie passiert ist. Es gibt einen bösen Doktor, der quasi das Necronomicon findet, dieses Necronomicon einsetzen möchte, um die Deadites zu holen und die zu kontrollieren und dadurch die Welt zu übernehmen. Ash selbst befindet sich in einer Irrenanstalt, aufgrund der Vorfälle, die schon alle passiert sind, und natürlich haben ihn alle für verrückt gehalten, somit ist er in der Anstalt drinnen. Die Bösen werden erweckt, dadurch hat er die Chance aus dem Irrenhaus rauszukommen. Der Clou an dem Spiel ist das, dass er einen kleinen Buddy kriegt, und der ist wirklich cool. Ich hab zwar seinen Namen vergessen, aber der war so einen Meter groß, also wirklich ganz, ganz winzig. Zur Hälfte hat er noch ein schönes Gesicht, zur Hälfte hat er ein komplett ramponiertes, ich glaub, relativ verbranntes Gesicht, weil dieser Typ ist nämlich tot, also er ist unsterblich, aber schon tot. Und während Ash versucht, die Welt zu retten, oder mehr oder weniger sich mal darauf bereitstellt, kommt dieser kleine Typ rein, Ash nimmt die Schroflinte und knallt ihm gleich mal die Birne weg. Was dem Kleinen natürlich egal ist, er ist unsterblich, wenn die Birne weg ist, stirbt zwar dieser Körper, aber er kommt einfach wieder aus dem Boden raus und ist einfach wieder da. Und er beschließt, ihm zu helfen, und das ist ein wirklich neuer, cooler Kniff für das Spiel, denn man kann so Moves machen, wie zum Beispiel den Kleinen vor sich hinstellen, im Arschtritt zu verpassen, damit er quasi quer über die Karte fliegt und irgendein Typen oder irgendein Monster quasi auf den Schultern landet und dem einfach den Kopf runterzieht. Und das ist wirklich witzig, es ist wirklich toll gemacht und es gibt einige Szenen, wo Ash quasi nicht weiter kann, aus Gründen zum Beispiel, ich nehme mal eine Szene vorweg, ich sage auch nicht wann sie kommt, man ist mal in der Höhle drinnen und da ist ein großer Höhlenbereich und dieser ist voll mit Schwefel, was Ash natürlich killen würde, ist eh klar, weil er kann da drinnen nicht atmen. Der Kleine ist tot, ihm ist es egal. Allerdings hat der Kleine Angst vor Ratten, deswegen Ash mit so einer komischen Maschine, muss er sich reinstellen, quasi den Kleinen übernimmt, damit der eben weitermacht, weil er so panische Angst verraten hat, dass er da nicht reingehen will. Und so funktioniert das quasi immer, also bei den Szenen übernimmt Ash den Kleinen und man spielt dann eben auch den Kleinen. Und man muss dann eben versuchen Ventilatoren einzuschalten, um den Schwefel wegzubekommen und den Sauerstoff reinzubekommen. Und alle diese Szenen enden einfach wirklich, wirklich witzig, da der Kleine einfach immer wieder sterben muss. Wie gesagt, ich nehme jetzt diese Szene vorweg, wer es nicht hören will, kurz mal auf Mute schalten. Er schaltet die Ventilatoren ein und natürlich saugen diese Teile und Blasen nicht, weswegen er nach oben gesaugen wird und in den Ventilatoren einfach mal zerrissen wird, was ihm natürlich nicht gefällt. So, ich hoffe das Handzeichen wird erkannt für Mute aus. Ja, das waren eigentlich die drei Spiele und wie gesagt, ich finde diese Spiele wirklich toll, sie sind wirklich witzig und auch die Story ist einfach genial. Also man kann nicht sagen, es sind super geile Spiele und irgendwann werde ich diese mal nachholen. Okay, dann kommen wir zum Evil Dead Remake. Das Remake selbst, ich habe es jetzt einmal gesehen, ist aber schon seit 2013, also 2013 war es das letzte Mal. Ich kann mich nicht mehr ganz so gut daran erinnern, es ging also auch wieder um das gleiche vom ersten Teil. Fünf Jugendliche, Cabin in the Woods und Snackonomicon wird aktiviert und die Deadites kommen. Ich weiß aber noch, dass dieser Film um einiges brutaler war. Also da hat Blut hunderte Liter weiß gespritzt. Ich glaube, das wollte Sam Remy auch schon in den Originalfilm machen. Ich glaube, er konnte es einfach nur nicht, weil es die Zeit nicht zuließ oder das Budget nicht zuließ. Da ist es wirklich, also der Film ist megamäßig brutal. Ich habe ihn nicht so schlecht gefunden. Anschaubar ist er auf jeden Fall. Es ist auch ein guter Horrorfilm. Ich weiß noch nicht, was er damit vorhat. Ich habe mal irgendwo im Internet gelesen, dass da vielleicht irgendwie mal ein Crossover kommen sollte, dass das quasi zwei Paralleluniversen sind und die irgendwie mal zusammenkommen sollen. Aber ob das wirklich stimmt, also wie gesagt, das war nur ein Artikel und ich würde es witzig finden, ich würde es toll finden, aber ob das wirklich passiert, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, der Film ist empfehlenswert und typisch Sam Remy. Es gibt einen Cameo-Auftritt von Bruce Campbell. Ja, was uns jetzt zum letzten bringt, Ash vs. Evil Dead. Und ich habe jetzt sieben der zehn Folgen gesehen. Ich bin leider in den letzten Tagen einfach nicht dazu gekommen, dass ich mir die letzten drei Folgen ansehe. Sollte aber egal sein, denn soweit möchte ich eigentlich gar nicht vorgreifen. Und zwar geht es darum, Ash arbeitet wieder in den Supermarkt. Es ist halt nicht wie ein spielender Essmart gewesen, sondern irgendein anderer. Das Ganze aus Teil 1 ist es schon 30 Jahre her und Ash will eine Frau beeindrucken, weswegen er zugekifft aus dem Necronomicon rauslässt und die Deadites erweckt. Was natürlich gar nicht gut ist, denn die wollen nur morden und töten. Und ja, Ash ist laut Aussagen eines anderen der Chefe, das heißt der einzige, der die Deadites bezwingen kann. Er hat natürlich zugelegt, er ist fett geworden, er ist alt geworden, er hat eigentlich keinen Bock mehr, ist aber immer noch der over-coole Typ. Ich meine, da gibt es in der ersten Szene, in der ersten Folge gibt es eine Szene, der dritte einfach am Boden des Wohnmobils drauf und seine Boomstick schießt einfach neben ihm in die Höhe, er greift sie und knallt einfach mal so ein Deadite ab. Was einfach wirklich cool ist. Slapstick Humor ist wieder da, Blut fließt in Ström. Man merkt natürlich, es ist eine Amazon-Serie, sie haben nicht so viel Budget ausgegeben. Ich habe mittlerweile auch schon den Trailer der zweiten Staffel gesehen, die dann im Oktober verfügbar ist. Da hat man schon gemerkt, sie haben auf jeden Fall um einiges mehr Budget bekommen. Also man sieht, es sieht alles besser aus. Das Ganze ist eine Einleitungsstaffel. Ash muss wieder zu Ash werden. Er muss wieder so gut werden, wie er war. Aber diesmal bestreitet er es nicht alleine, sondern er hat zwei Freunde dabei. Und die stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite. Und ja, wie gesagt, Slapstick Humor ohne Ende, Brutalität ohne Ende. Und wie gesagt, ich musste teilweise schon so viel lachen, weil die Serie einfach wirklich der Wahnsinn ist. Und ich sehe schon, ich quatsche schon ganze 19 Minuten. Ich schaue mal, dass ich ein bisschen zum Ende komme. Ich kann euch, wie gesagt, das Ganze nur wärmstens empfehlen. Es ist keine Heuchelei oder sonst irgendwas oder ein... Ich habe es vor hunderten Jahren gesehen und ich habe es noch super in Erinnerung. Die Filme sind toll, die Spiele sind genial. Man muss halt immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, wann das Ganze denn rauskam. Also die Filme sind sehr, sehr alt und PS2-Spiele sind auch nicht mehr die aktuellsten. Man muss sich halt ein bisschen wieder an die Steuerung gewöhnen, aber es funktioniert einfach alles super. Und ja, wie gesagt, Bruce Campbell als Ash Williams ist ein super, super, super Schauspieler, Charakter, was auch immer. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Spezial gefallen. Wie gesagt, ich persönlich bin ein riesen Fan davon. Lasst mich bitte gerne in den Kommentaren unten wissen. Wir können ja vielleicht mal über andere Specials reden. Ich werde auch sicher noch andere Specials machen. Es gibt noch einiges, über das ich reden könnte. Beispiele, was fällt mir denn ein? Little Weapon zum Beispiel oder Stirb langsam. Gibt es auch zum Beispiel Spiele. Habe ich gerade sogar zufällig neben mir liegen. Wirklicher Zufall. Ja, oder Pokémon, weil ich es gerade drunter gesehen habe. Es gibt genug, über was ich reden kann. Also lasst mich in den Comments wissen. Ich würde es wirklich gerne hören. Oder sagt mir eure Meinung. Was haltet ihr von dem Film oder den Spielen? Vielleicht hat irgendwas nicht so super reingepasst. Alles unten in den Kommentaren. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr was reinschreibt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Aber bitte nicht beleidigen. Das muss nicht sein. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Und bis dahin würde ich sagen, Bye Bye Leute!